Hier das erste Gesetz von Newton, das man auch das Trägheitsgesetz nennt. Es ist nicht einfach, diesen Elefanten zu verschieben. Man sagt, er sei sehr träge. In diesen Bildchen, erkennen wir, wird dieses Auto plötzlich gestoppt, so hat die Kiste auf seinem Dach Tendenz, ihre Bewegung fortzusetzen. Ähnliches sehen wir auch in diesem Bildchen. Wird dieses Auto ruckartig gestoppt, so hat die Fahrerin Tendenz, ihre Bewegung fortzusetzen. Deshalb sollte man sich besser immer anschnallen und deshalb hat man in den Autos Airbags installiert. Hier das vollständige Trägheitsgesetz. Jeder Körper ist träge. Das heißt, dass er sich einer Änderung seines Bewegungszustands widersetzt. Je größer die Masse des Körpers ist, desto größer ist seine Trägheit. Man denke hier an den Elefanten. Wirkt keine Kraft auf einen Körper, so verharrt dieser in Ruhelage oder in GGB. Formelmäßig, wenn die gesamte Kraft, die auf einen Körper wirkt, Null ist, dann ist die Bekleunigung des Körpers ebenfalls Null. Das ist die Bekleunigung des Körpers. Das erstaunlich ist der Bekleunigung des Körpers. Vielen Dank.